Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Jugendlicher Auftritt. Heute wollen wir an unserer Haltung arbeiten, denn das ist ganz wichtig für ein jugendliches Erscheinen und an der Bewegung aus der Körpermitte heraus. Wenn wir uns aus der Körpermitte bewegen, dann wirkt das immer dynamisch, aktiv, positiv, jugendlich. Und wenn wir uns nicht aus der Körpermitte bewegen, zum Beispiel wie manche Menschen gehen, die ihre Körpermitte da haben, wo sie nicht sein sollte, hier, oder du kennst bestimmt auch jemanden, der die Körpermitte hier hat, oder hier hat, oder es gibt auch welche, die die Mitte hier haben, dann wirkt das nicht jugendlich. Sobald wir aufrecht gehen, ist das immer schöner anzusehen und jugendlicher. Deshalb fangen wir bei der Haltung an. Und natürlich verbessert sich auch die Laune, wenn wir uns aufrichten. Wir beginnen mal in den Füßen. Du stehst auf den Außenkanten, auf den Großzehenballen und auf den Fersen. Deine Knie sind durchlässig, damit du muskulär aufrecht stehen kannst. Nicht durchstrecken, weil dann hängst du in den Bändern, also lass sie leicht gebeugt. Jetzt ist noch wichtig, das Brustbein anzuheben, also nach oben zu schieben, ganz leicht, nicht ins Hohlkreuz ziehen. Handflächen zeigen zu mir nach vorne, Schultern sanft nach hinten unten. Und jetzt lässt du die Handflächen wieder zum Körper zurückwandern. Hast an deinem Scheitelpunkt einen Faden noch, der dich nach oben zieht und dein Blick ist im Horizont, leicht nach unten abfallend. Dann ist der Kopf in der richtigen Position. Was du jetzt schon spüren solltest, ist, dass sich die Laune verbessert hat. Und zwar ist es, dass du vielleicht auch mehr Luft bekommst. Wenn wir aufrecht stehen, können wir viel besser atmen. Und vielleicht ist auch schon dein Nacken entspannter, dein unterer Rücken entspannter. Gib Druck mit den Füßen in den Boden. Dann richtest du dich nochmal mehr auf und spürst vielleicht auch, dass dein Bauch aktiv wird. Merkst du deine Körpermitte, spürst mal, wo deine Körpermitte ist. Das heißt, du bleibst genau in der Position im Körper und pendelst vor zu mir und ein Stück zurück. Und merke, wo du dich aus der Mitte herausbringst. Sobald du so ein bisschen zum Wackeln beginnst, ist es eigentlich richtig, denn dann trainierst du die Reaktionsschnelligkeit deiner aufrichtenden Muskeln. Also der Stabilisatoren im Rumpf. Wenn wir das nie mehr trainieren, dann bewegen wir uns eben nicht so jugendlich. Dann sieht das nicht so positiv aus. Also immer mal wieder dich rausbringen aus der Mitte. Und wenn du das Gefühl für zu weit vorne, zu weit hinten gehabt hast, pendel dich ganz langsam in die für dich passende Mitte ein. Und dass du gleichmäßig die Spannung wahrnehmen kannst. Sehr gut. Jetzt gehst du nach rechts und links, verlagerst dein Körpergewicht. Und auch hier spür bewusst, wo du dich rausbringst aus der Mitte. Wo du in die seitlichen Strukturen aktiv werden müssen, dein Bauch aktiv wird. Klappt. Und ganz langsam dann auch hier wieder zur Mitte einpendeln, bis du wieder ein Gefühl für deine eigene Mitte gefunden hast. Jetzt wirst du bestimmt noch aufrechter. Jetzt nimmst du ein Bein nach vorne, egal welches. Und tu mal so, als wolltest du einen Schritt machen. Nach vorne, nach hinten. Und gerne gehen die Arme mit, wie wenn du gehen würdest. Immer aufrichten. Dann merkst du mal, wie jeder Schritt dich eigentlich schon aus der Mitte herausbringt. Und auch hier pendelst du dich jetzt so ein, dass beide Füße ganz auf einer Linie stehen. Das heißt, die Fußspitzen zeigen nach vorne. Wackelts. Wenn es zu wackelig ist, setzt deinen Fuß etwas weiter zur Seite. Also, auf einer Linie stehen. Aufrichten. Und wenn wir gehen, dann pendeln die Arme immer zu dem Bein diagonal, das vorne ist. Also, das ist unsere natürliche Gehbewegung. Linker Arm vor, rechtes Bein vorne zum Beispiel. Und jetzt pendelst du mal wirklich nach rechts, zur Mitte, nach rechts, zur Mitte, genau. Zum vorderen Bein dich ausbalancieren. Noch zweimal. Kommt wieder zur Mitte zurück. Sehr gut. Füße hüftschmal nebeneinander. Sehr schön. Nochmal nachspüren. Du merkst schon, die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule ist ganz wichtig für unser jugendliches Auftreten, wenn wir hier, bleib ruhig mal stehen, wenn wir hier mitschwingen bei jedem Schritt, dann sieht das auch jugendlich aus. Je enger wir den Schritt setzen, also je breiter, umso älter wirkt es, je enger wir den Schritt setzen, umso jugendlicher. Deshalb trainieren wir die Körpermitte, damit du stabil bist. Jetzt nimmst du mal dein anderes Bein nach vorne und machst zuerst einen Schritt vor und zurück. Und tu ruhig auch hier wieder so, als würdest du walken, aufrichten, Blick in den Horizont. Und dann kommst du wieder zurück und lässt beide Füße auf eine Linie gesetzt stehen. Es darf wackeln, du weißt ja, dann trainierst du Reaktionsschnelligkeit. Knie gebeugt und jetzt pendelst du mit deinem Oberkörper zum vorderen Bein und wieder zur Mitte. Zack und zur Mitte, ganz locker. Atmen. Es darf wackeln. Noch einmal und wieder zur Mitte zurück pendeln und die Füße-Hüft schmal aufstellen. Wie stehst du? Wie fühlt es sich an? Schon viel stabiler, oder? Jetzt nimmst du deine Füße etwas enger zusammen, nimmst deine Hände an den Hinterkopf und gibst ganz leicht Druck mit den Händen gegen den Kopf. Ellbogen sind vorne, Schultern sind tief und entspannt. Der Bauch, Nabel ist sanft nach innen gezogen. Hebe jetzt dein rechtes Bein ein Stück an, geben im Oberkörper ein Stück nach links, egal wie weit. Komm wieder zurück zur Mitte, Füße abstellen, andere Seite. Einmal rechts, einmal links. Kopf in die Hände schieben, Krone auf den Kopf setzen und seitlich dich aus der Mitte herausbringen. Wackeln ist immer genau das, was ich erreichen möchte. Wenn du wackelst, dann trainierst du. Wackeln ist immer noch ein Stück. Jetzt noch einmal, genau so. Und zur Mitte kommen, kurz lösen, Schultern locker lassen, entspannen. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Und jetzt gehst du mit den Händen mal Richtung Oberschenkel, noch tiefer und versuch deine Beine zu strecken. Spür die Dehnung in der ganzen Rückseite. Dann beugst du nochmal deine Knie und nochmal strecken. Und wenn du beugst, führst du die Arme jetzt neben den Körper, Daumen Richtung Decke. Du kräftigst die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern. Jetzt streck nochmal und zieh die Daumen nach außen, Schulterblätter nach hinten zusammen. Rücken gerade, Rücken gerade, beugen, Arme ziehen hierher, strecken, lange Arme zur Seite. Nochmal Kraft im oberen Rücken. Dehnung der Rückseite, Kraft zwischen den Schulterblättern nochmal. Dann lass jetzt deine Knie gebeugt, bleib hier und jetzt ganz kraftvoll die Arme nach vorne schieben, Bauchnabel nach innen ziehen und zieh gefühlt ein Band von oben zurück. Schulterblätter küssen sich nochmal hoch. Und nochmal zurückziehen, ein Band von oben greifen, nach hinten ziehen. Hoch und kraftvoll zurück. Die Rückenmuskeln wahrnehmen, die oft eben zu schwach sind. Und wir dadurch in den runden Rücken fallen. Bauchnabel ziehst du nach innen oben. Nochmal dran denken. Noch zweimal. Ganz kraftvoll. Dann heb dein Oberkörper an. Lass locker. Fass die Hände hinten, wenn es geht, sonst lässt du die Arme einfach hier. Nimm ein Bein zurück. Ferse hinten in die Luft. Schieb dann die Ferse runter. Spür die Dehnung. Zieh die Arme höher. Vorderseite aufdehnen. Gerne auch das Brustbein anheben. Vorne verkürzen wir oft durchs viele Sitzen und durch die Alltagshaltung. Und ausatmen beugst du dein Knie. Und lass die Ellbogen auch ruhig ein Stück fallen. Rücken runden. Nochmal einatmen, aufrichten. Und nochmal ausatmen. Rund werden. Gleich nochmal. Ein. Und locker kurz aus. Seite wechseln. Bein nach hinten. Ferse tief schieben. Brustbein heben. Bein nach oben. Ausatmen. Ferse heben. Rund werden. Nochmal einatmen. Aufrichten. Und noch einmal. Und locker entspannt fallen lassen. Beine breiter in die Grätsche nehmen. Und Ferse heben und die Arme pendeln. Von rechts nach links. Ganz schwer. Stell dir vor, du hast kleine Gewichte in deinen Händen. Und die lässt du jetzt von der einen Seite zur anderen pendeln. Denk dran. Diese Beweglichkeit hier oben. Ist ganz wichtig für unseren aufrechten Gang. Dieses Rotieren ist wichtig. Und das Spüren der Körpermitte. Werde kleine. Pendel dich zur Mitte ein. Heb ein Bein an. Test, test. Richte dich auf. Blick im Horizont. Geht. Super. Seite wechseln. Anderes Bein anheben. Wenn du das Gefühl hast, es ist dir zu wackelig. Mach nichts. Dann trainierst du es. Alles richtig. Brustbein heben. Spannung im Bauch. Atmen. Und wieder runterkommen. Locker lassen. Also immer mal wieder daran denken, dich aufzurichten. Dich aus der Mitte zu bringen, indem du irgendwo balanzierst oder auf einem Bein stehst. Das hilft wirklich schon, die Muskeln zu trainieren, die so wichtig sind für unsere Haltung. Atme ein, mach dich lang. Atme aus und lass die Arme fallen. Noch mal ein. Und jetzt streck dich und zieh dich in die Länge. Alle Muskeln durchbluten, Faszien bewegen. Öffne die Arme. Und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, du hast so ein bisschen nachvollziehen können, um was es geht, wenn ich meine, es geht um Haltung und um Spannung in der Körpermitte. Und um die Körperwahrnehmung, um die Wahrnehmung der Körpermitte. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir. Und ich freue mich auch, wenn du kommentierst unten. Und natürlich freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank. Den Link würdest du auch unter dem Video finden. Da heißt es Deine Unterstützung. Klick da drauf. Dann kannst du auswählen, mit wie viel du mich unterstützen möchtest. Danke, danke. Lade noch jemanden ein, sich auch mitzubewegen. Oder sei du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann. ... ... ...